. Hi Fans von Bernhard.bit Wenn man beim ersten Mal schon gesehen hat, haben wir bei YouTube einfach nicht die Möglichkeit, alles in der Größe am Stück zu zeigen, was in Bernhard wirklich los ist. Deswegen stellen wir unsere Filme jetzt direkt auf Bernhard.bitz. Da könnt ihr nämlich dann alles an einem Stück anschauen. Und für den nächsten Monat haben wir etwas ganz Besonderes für euch. Denn im Südbaden steht der erste Hotpot. Und zwar steht der auf dem Grundelbach. Und was das genau ist, das sehen wir nächsten Monat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei Bernhard.bitz. Denn Bernhard hat best. Hey, ihr da draußen, hört mal alle her. Wir wollen in der Drei, der gefällt uns her. Ja, wir sind die Kids. Die Kids von Bernhard und Tal.